Die Supersymmetrie Wir kennen das Standardmodell der Teilchenphysik. Genau dieses Modell kann die Entstehung und das Verhalten der uns bekannten Materie in unserer bekannten Welt hervorragend erklären. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat es sich bei mehreren Experimenten immer wieder bewiesen. Doch es hat auch große Einschränkungen. Die Gravitation wird völlig außer Acht gelassen und die Zusammensetzung dunkler Materie kann überhaupt nicht erklärt werden. Außerdem setzt es sich eben aus mehreren Sorten Materieteilchen und Kraftteilchen zusammen. Verschiedene Physiker hätten dagegen lieber gerne eine Theorie, die nicht nur Phänomene wie Gravitation und dunkle Materie berücksichtigt, sondern direkt auch einen Bezug zwischen Materieteilchen und Kraftteilchen herstellt. Das heißt, sie wollen das Standardmodell der Teilchenphysik erweitern, eine neue Theorie schaffen. Und genau das ist die Supersymmetrie. Es ist eine elegante Erweiterung des Standardmodells. Die Theorie der Supersymmetrie. Was ist das jetzt eigentlich? In dieser Supersymmetrie wird die Anzahl der Elementarteilchen verdoppelt. Das heißt, jedes normale Teilchen, das ihr kennt, bekommt einen neuen supersymmetrischen Partner. Ja, ihr kennt die Supersymmetrie, beziehungsweise ihr kennt die Symmetrie aus der Mathematik, wenn sich etwas exakt ähnelt. Das heißt, diese Teilchen, die wir kennen dann, die Phämion und Boson, das sind die Teilchen, die wir haben, die Elementarteilchen. Und die haben alle jetzt einen bekannten Spin, nennt man das. Und diesen Teilchen, diesen Phämion und Boson, gibt es jetzt zu jedem Teilchen einen supersymmetrischen Partner, deren Spin sich um 0,5 oder die Hälfte von dem der Teilchen des Standardmodells unterscheidet. Dieser Spin ist quasi in der Teilchenfügung der Eigendrehimpuls von diesen Teilchen. Und bei fundamentalen Teilchen ist er dann wie die Masse eine unveränderliche innere Teilcheneigenschaft. Das heißt, er beträgt dann zum Beispiel ein Halb- oder ein ganzteiliges Vielfaches. Das nennt man dann Spin-Quantenzahl. Aber das ist nicht so wichtig. Es geht nur darum, dass dieses Teilchen dann jeder einen gewissen Spin hat. Das heißt, zu diesen Phämionen, von denen ich eben gesprochen habe, die einen halbzahligen Spin haben, existieren supersymmetrische Partner mit ganzzahligen Spin. Weil deren Spin sich ja um ein Halb von dem der Teilchen des Standardmodells unterscheiden. Haben wir eben gelernt. Und die Bosonen mit ganzzahligen Spin, zu diesen existieren dann ebenfalls wieder supersymmetrische Partner oder Teilchen mit halbzahligen Spin. Das heißt, hier wird der Spin um 0,5, um die Hälfte verringert. Demnach verbindet die Theorie der Supersymmetrie eben die Welt der Materie-Teilchen mit denen der Kraftteilchen. Und das ist eben genau das, was wir erreichen wollen. Das heißt, zu jedem Teilchen des Standardmodells existiert ein supersymmetrischer Partner. Die Anzahl der Teilchen wird so verdoppelt. Laut dieser Supersymmetrie. Und die Namen der supersymmetrischen Teilchen werden dann kommen von einer gewissen Herleitung des Standardmodells. Dem Materie-Teilchen wird ein S vorweggestellt. Das heißt, wir kennen die Elektronen vom Atomaufbau in der Höhle. Das heißt, aus Elektronen werden dann beispielsweise Selektronen. Dem Superpartner der Kraftteilchen wird ein I nur angehängt. Wir kennen die Gluon, die sind für diese Kraft im Kern, in einem Atomkern da. Das heißt, sie halten die Protoneutronen zusammen, oder auch die Proton und Proton zusammen in einem Kern. Das heißt, aus so einem Gluon, aus so einem Klebeteilchen wird es auch oft genannt, mit einem Gluino. Weil I nur wird bei den Superpartnern der Kraftteilchen angehängt. Das heißt, diese supersymmetrischen Teilchen könnten eben der Schlüssel zur Erforschung der dunklen Materie sein. Weil wir wissen, dass die dunkle Materie sich eben mit ihrer gravitativen Wechselwirkung eben nur zeigt. Und weil wir jetzt diesen Bezug zwischen Kraft- und Materieteilchen geschaffen haben durch diese Symmetrie, durch diese Supersymmetrie, könnte es eben so sein. Leider ist es noch nicht experimentell bestätigt worden. Das steht noch aus. Die verschiedensten Teilchenbeschleuniger haben diese Teilchen noch nicht nachweisen können. Nach der Meinung der Wissenschaftler sind sie dafür zu schwer. In den LHC, Large Hard Drunk Alizer, setzt man aber dafür umso mehr Hoffnung. Denn mit Hilfe der Deckeltoren, Atlas und CMS, das braucht ihr euch nicht merken, könnte aber ein gewisser Hinweis oder Nachweis erfolgen. Genau dieser Nachweis für diese supersymmetrischen Teilchen. Und wenn das wirklich klappen könnte, hätten wir schon eine große Spur. Werden wir die Supersymmetrie weiter verfolgen. Werden wir irgendwann auch herausfinden, was es sich mit der dunklen Materie auf sich hat. Overd Isaac Beach MDSP